so aufnahme noch mal angefangen sorry wir sind nur in den dungeon reingelaufen und haben scheißdreck gelabert und ja ich starte die aufnahme ab hier neu weil die ganze zeit war nur menü vielen dank für den hinweis ich hab's nicht gesehen kacke aber so ist es entsetzlicher stuhl haben wir irgendwas wichtiges gelabert ja wer hat uns vom schaden dass du so viel schaden machten wir nicht und das ist ja genau das entscheide aus genau der bruder von david getter david getter gemacht und dann kommt die endarbeitskollegin ach gut dann ist es hier gemacht das ist ein zopf er hat ein zäpfchen im arsch gehabt nach gott du siehst so anders aus und dann kommt die kollegen rein und du siehst so anders so erfrischend und dann alles sieht gut aus innen innen kommen her gucken wir haben wieder auswählen ja stimmt warte mal der sieht aus wie der david getter der sieht aus wie die dävid getter geht ja ich habe mir lachs aufbezogen so wie die dävid getter aus wie die dävid getter gehen aus wie der david getter für ein zäpfchen hast du ihn gemacht oder den zäpfchen oder am kopf das maul fürs maul paul ganz so paul ist ein analgetikum ganze paul dank schlappi ich habe nichts gehört auch nichts mit bekommen ich habe in meine rucksäcke geguckt das ist alles so komisch dass das das kümmern als im menü hängen bleibt im aufnahmeprogramm das ist doch blöd ich weiß nicht warum ich kann ja desktop aufnehmen und kann das spiel auswählen und ich habe das spiel ausgewählt weil desktop aufnahme als probleme gemacht hat das ist alles falsch jetzt war ja wie das wie das machst du ist es verkehrt das ist alles falsch du hast einen gremlin und den rechner hocker den musst du rauslockern mit kapseln hoffentlich hast du keine wasserkühlung oh der fisch noch zwölf noch an der pc ne was ist hier los volksversammlung nach übrigens es kommt eine animierte gremlin serie raus wird gesagt wir müssen noch serien machen ja ja aber aber pass auf das coole ist computer anime ich glaub ja aber das coole ist die story in dem film äh hilfe ja ja ich bin acht dort oh äh die story in dem film geht um den warum ich bin im startdorf kann man jemand schnelle portal aufmachen äh 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 jetzt jo alter da ist dein dingsti bumsti aber hi chibum bumms hör wieder auf äh da hat noch jemand sein grab ja das meins äh ja drüble Thor drüble was der mit dem drüble gegen schräp wir drüble drüble und über was wurde schon jetzt für zehn übliche in throng irgendwas wollte ich erzählen ja wie hübsch ich bin so was blödes tät ich nie sagen warte mal ich muss mal gerade ablägen braucht ihr was kommt mit her ohne war auch noch ein weg ja wo bist du jetzt steffen letztens auf der arbeit ist einer zu mir gekommen und gefragt an armbanduhr an gehabt und hat gefragt dies bis drei bar wasser durch aber damit duschen gehen kann ich würde sagen ich würde sagen pass auf die ist wassertisch wenn wasser drin ist kommt es nicht mehr raus meine ist 50 meter wassertisch also gar nicht geh 100 meter rausschwimmen stimmt hast recht zum glück zum glück gibt es leute wie dich die das ist die sich das vorher acht durchlesen weißt du wie viel kaputt geht denn oder geht es weiter ab den ganzen uhrenmachers geschäft also arscht herr kanal und doch jetzt doch jetzt noch mal eine ruinen eingang ich habe er hatte wir waren ja schon mal ja aber ich habe gehört bei der baby g kriegst auch ein baby zugeschenkt habt ihr euch schon kriegt noch nicht bisher das will ich noch auch rufen was sind für ein indisches schwein ist oder kann man das aussuchen das schmeckt gut ok hab dann gemacht gegrillt oder gebraten ich bin ja ich kann nur leckere sache es ist ja nach dem schweiß weg schluck wenn du vergisst wie es schmeckt wie war es ich glaube man kommt ist kommt mal links irgendwie sind es räumen wir müssen vielleicht oder irgendwo geht es ohne doch nicht doch nicht und da du denn da gehen folgen mich dreh da durch wenn ihr leben wollt kommt mit ich verstehe nicht warum warum es nachtlich die terminator serien guckt die ist cool vielleicht kein interesse du mensch die hot k k interesse zu haben was du stehst in der luft rum keine rückmeldung ja und kann mit dem herrückmeldung erhängt das steht für die da bist du alt ich mach mal Badalik fertig auf wir warten jetzt aber ich hab da gerade ein bisschen besuch mitgebracht hallo schließen für ein reaktion jetzt hast du denn virus ich stelle mir vor wie grimdorn apathisch in der ecco ich kann mir reagieren die guckt die terminator-serie netz das hat's getriggert die terminator-serie auch regt mich das aufgerüstet wieder immer jetzt wieder eine viertelstunde aufnahmen okay bild dabei ist egal ich lasse trotzdem hoch das letzte muss auch noch hochladen wo man so gut wie gar nicht gespielt hat wartet auf mich ja ja ich sammle hier nur noch gut nach der schwierigkeit wurde angepasst reich wie geht's alles gut bei dir b b b b b b b b b n ab dem portal wie bist du denn da reinkommen wo seid ihr ich mache nichts ich glaube von der land steht ihr da läuft er gerade ich habe ein gegenstand a geklickt oder beim beim blot backpulver ist und bin einfach nur gefolgt also er steht jetzt hier ist er noch doch hallo wer was wie wo ja ich bin jetzt aber ich bin in einem anderen raum hier ist alles soweit gut hier ist alles gut ich habe nächste woche habe ich urlaub also ab mit donnerstag und geht es mit zwei österreicher nach holland auf ein musikfestival da wird nur gekifft der ganze tag und lsd geschmissen wächst wie ich mein happy smiley ist auf die fris da ich hab da ausgang was versteckt ist gut ich bin froh wenn ich auf dem campingplatz kein sonnestich kriege ich glaube streng mit mobilen und stecken für die hier geht es nicht drunter wirklich wo wir haben keine questfaktischen wenig der 2 und noch irgendwie nix wenn es immer wieder zum anfang immer wieder zum ausgang der war auch rechts der andere aber der wird dann angezeigt der wurde nicht angezeigt aber kann man irgendwo ins quest lockt gescheit gucken sowie christlich ich habe keine ahnung vielleicht müssen wir wieder in irgendein scheiß gebiet wie es letzte mal recht wo wir irgendwo anders dahin mussten dass man durch den tunnel weiterkommen aber das war so kacke komplizierte das war so bescheuert hoffentlich kommt kein turm ich habe erzählt dass torchlight zwei auf die ps4 kommt es wird noch mal eine harte nuss warte mal bleiben muss der bitte wir müssen danach ob er da da müsste da geht es auch weiter da ganz oben 100 pro wieder nix guck mal ich mag dieses spiel wirklich sehr das ist schön hat zwei drei sachen die mich aufregen so wie jetzt zum beispiel wenn du überhaupt nicht wirst wo die mussten aber ansonsten ich finde es echt super mir gefällt der stil mir gefällt die musik ich muss den gegner aufklicken und die fallen schon um meine back rüber alles macht jetzt wirst du wie torchlight für uns war gewöhn dich dran stell dir mal vor du könntest ja nicht importieren da waren wir schon ja aber trotzdem ist auch ein stück gebiet wo man nicht weiter sind es gibt es nur die musik es war gut der ist ja lustig ich wäre ja lustig ich bin die w różnych die wache und die war dass ich bin das ist wie das ist ich bin das ist das ist ich muss Nein, du warst schreit. Ja, ja. Gruß an die Frau Backpulver. Ich soll dir ein Gruß sagen. Mehr Motivation, bitte. Mehr Motivation, bitte. Nicht von ihr, von dir. Achso, von mir. Warte mal kurz, warte mal, warte mal, mach mal die Platze. Die Nachtlicht muss mir irgendwas sagen, wo wir... Nein, bitte, ganz kurz. Musst du, äh... Äh, ich bin laut und muss das Mikrofon ausschalten. Ja, geht weiter. Weiter! Schrott! Oh! Hier ist Party. Hier geht's auch weiter. Wir können irgendwann mal in der Quest kommen, ne? Guck mal in deinem Loch rechts, wie viele Quests wir hin. Ja, weiter, mach doch ein bisschen. Aber wo sind die? Nicht grad aus, hier. Erkunde, erkunde. Na, die? Na, ich mach doch. Na, ich mach doch. Oh, wie das Spiel alles bei mir ruggelt. Wahrscheinlich durch das OBS, das ist so krank. Oh, das ist schön. OBS-E. OBS-E. halt halt kommt ihr klar ich wollte nur wissen vielleicht hätte er uns was gebracht mit dem habe ich schon gerett der frage und bestimmt irgendein big boss trainings damit sie mir in der neue stadt hier müsst riftel sei oder irgendwas alter was gehen hier ab ich krieg's nicht warum sie da kommen der rift gar nichts nicht nur eine rifle hat er sitzen mit dem inventar 8 du scheiße bin ich voll koralle riecht aber bisher geht noch ein bisschen loot geht noch die treppe hoch ist doch was er hat sich geht hoch weiter warte mal auf der laut backpulver also geht es weiter ist ein hachendler erwartet um die treppe wo muss ich lang hier die treppe ist es wirklich eine neue stadt hier wo bist du jetzt nicht du du sollst warten aber du bist vorgeräumt ist offen in der stadt gibt alles ab ja mach doch gib gas ach du bist von der anderen seite los ich renne ohne rum und suchte schwindet ich weiß noch nicht was die andere seite ist die andere seite morgens hallo oh mhm mhm ah ok ah da unten steht ein kanonenwagen krass Riccadoni calzone al tente Erstmal den ganzen Scheißverkauf Ach du links ist auch gleich die Höhle wo man rein können Der war schön 1.750 Ach stimmt ich kann ja nur mal Ausrüstung checken Das wird nicht weniger Was ist denn los? Kein ähnliches gegenstammt Ich habe noch gefühlt das an was wir wirklich mit Level 5 gefunden haben Mh 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 Hä denn ist noch ein Stern? Oh ne das nur das Fragezeichen so was machen wir ein schönes ich verkauf er schmuggleit zeug also man kann jetzt so ohne geradeaus durch und man kann so links in diese höhle oder was auch immer aber das ist verschlossen da kommt man nicht rein also geradeaus scheiße jetzt los ich hab mir ich hab zeug aus was er verkauft ja ja ich hab's wieder zurückgekauft ich hab schon gedacht wir gehen die hohe die juke pro ist Ich gebe dir einen Scheiss. Scheisspreis. Ich gebe dir den Scheisspreis. Der Preis ist scheiss. Preis ist scheiss, ja. Servus Nimo. Danke fürs kurze Vorbeischauen. Bist du im Urlaub? Der Seppi hat letztens gefragt, wo du bist. Ich habe gesagt, ich glaube du bist wieder im Urlaub. Ich bin krank. Was ist los? Oh je. Gute Besserung. Was macht er dann? Ich? Na ja. Na ja. Verkauf. Ich habe doch keinen guten Scheiss gefunden. Da unten ist eine Höhle eingegangen. So geht es nicht lang. In der Höhle, ne? Ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, ich komme. Ja, was war denn los Nimo? Da kannst du es ja noch in den Schreiber oder so. Eieieieiei. Was war denn los? Hm. Hat eine OP gehabt. Der Arme. Ne. Gute Besserung. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, ich habe gedacht du warst wieder im Urlaub. Hey, wir haben jetzt nicht auf Steffen gewartet. Um rennst du da schon rum. Ist doch dabei? Ich bin doch da. Da ist er doch da. Da ist er doch. Da ist er doch. Ich sehe nicht. Ich bin bei euch. Ah, egal. Du bist unsichtbar für mich. Ich bin hinter dir. Hohohoho. Das ist gemein. Ja, das ist fess. Das tut weh. Wegen so einer hyper-mäßigen Stärke gemobbt zu werden. Auch weh. Ne. Ich bin selber dran schuld, weißt du? Ne. Aber das lustige ist, ich sehe deinen Raben. Also dich nicht, sondern nur dein... Ah la, dann will ich dir wo ich bin. Naja. Lieber so am Tauchen. Wir essen deinen Raben. Jetzt steffelt er alles. Oh nein. Vorrats. Nein. Hey, hier ist ein Sternspiel. Ja, wollen wir doch schon neu oder wollen wir erst aufdecken? Dass wir noch ein bisschen aufdecken gehen. Ja komm, gehen wir aufdecken. 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 Oh. Ich habe aber eine, eine geheime Kammer gefunden. Loot, 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 loot. Ich brauche gar nichts davon, aber ich will es haben. Ist alles scheiße. Alles scheiße. Wir müssen noch mal in so ein 5 Gebiet. Ah, weil du das gerade sagst. Im Anfangsgebiet, ne. Ja. Vorhin habe ich das gesehen. Da wo du die Komponente raushauen kannst aus den Gegenständen. Ja. Da kannst du Gegenstände auch zerlegen. Und Teil Komponente dafür kriegen. Für anderes Zeug. Oh, der Stern. Das ist gut. Ja, das ist echt cool. Also du kannst dann halt sammeln, ne. Aha. Ja. Na, vielleicht machen wir es auch ganz falsch. Ja, du anscheinend, ey. Bei dir love's, yo. Ich werde schon wieder gemobbt hier. Ich stelle mich einfach schwach. Ich einfach die Wache ablegen. Ja, mach mich nackig. Ach. Äh, scheiße. Nemo hat sauschlechte Quali im Krankenhaus. Er zahlte für 2 Euro am Tag, schreibt er gerade. Nicht mal YouTube geht. Ne. Äh. Und er schreibt mir nachher per WhatsApp. Alles klar. Trotzdem danke fürs Einschalten, Nemo. Und weiterhin gute Besserung, falls du das noch hörst. So und so ein Internetstick oder sowas holen. Das wär doch was. Vielleicht, je nachdem wie lange er überhaupt im Krankenhaus ist. Ah, wie lange er da noch sein muss oder so. Ja, ich hoff's auch, ey. Scheiße. Aber guter OP hauscht halt nicht, wenn das gut geht, ne. Ach, doch, 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 doch schon. Schönheits-OPs. Brüste. Ja, ich hab mir auch die... Ja, ich bin jetzt ein Mädchen. Ich hab mir gerade, äh, grad vor kurzem einen Arsch vergröselt. Ich bin größerer Arsch geworden. Oh, hier kann ich sprengeln. Du hast den Sprengstoff nicht. Habt ihr Sprengstoff? Warte. Ich hab'n Haufen TNT, aber... Ja, wenn immer einer reinguckt. You don't have heavy... Heavy Explosive. Ach, Heavy Explosive. Ah, die haben das nur im Deutschen mit Sprengstoff übersetzt. Was ein bisschen blöd ist, weil ich hab 20 Kilo TNT dabei. Das ist doch heavy genug. Ja, gell? Kann mich mal jemand abzünden. Du machst doch Feuer, schade, oder? Ach ne, du machst Blitzschade. Blitz, Mensch, Dora und so. Blitz! Dora und so, wisch mich, man! Dora. Dora, Marvel. Dora, Dora, Uff! Stan Lee im Gastauftritt! Wo denn nicht? Also jetzt nicht mehr. Er schreibt vom richtigen Tor und nicht vom der komischen Comics-Schwuchtler. Dora, 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 Uff! Hm, der macht noch einen Haufen. Hä? Ja, hier sind noch die Side. Dann rein. Ich bin überhaupt gar kein Comic-Fan. Echt? Nee, ich kann das nicht haben, ich weiß nicht. Oh, ich hab mir mal so 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 Deadpool-Comics hab ich mir mal. Ich mach Batman's, eh. Kann mit einem ganzen Kram ich zu aufhören. Also, die, 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 die... Die Spiderman-Filme mit dem Tobi MacGyre. Warte mal, warte mal, warte mal. To-Tobi MacGyre, oder? Tobi MacGyre. Du kennst doch den Jake Gyllenhaal, ne? Den Schauspieler, der wo der Donnie Darko gespielt hat, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Weißt du, wie der ausgesprochen wird? Jelenhal. Der ist ein Schwede. Das G spricht nicht aus, der heißt Jake Jelenhal. Jelenhal? Jelenhal geht mit seinem Rücksicht. Ich denke, ohne Schwede ist es. Da ist er bald anders geworden. Ich weiß es nicht. Mein Spiel hängt. Er hat mir Kaya Video geschickt aus der Conan O'Brien Show, wo Conan O'Brien sagt, ich spreche mal deinen Namen richtig aus. Und er dann, oh mein Gott, das höre ich sonst nur im Ikea. Was dann? Steffen, guck dir das Gewehr mal an. Das sieht irgendwie nice aus. Ist schlechter, aber ich nehme es mit. Ja, aber guck mal, was das so an Fire-Dingsdi-Booms hat und so. Dingsdi-Booms. 3, 7, 5, 2. Das ist nicht so gut. Oh, das macht 1000 weniger Schaden pro Sekunde. Das ist scheiße. Es sah halt echt gut aus, ne? Es sah wirklich gut aus. Kannst du noch mal überlegen, ob du weniger Damage machen willst als nicht? Das ist keine Frage des Überlegens. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Oh, hier ist das blaues. Check, check. Check, check. Ich brauche bloß Raffinesser. Wenn ihr mal was mit Raffinesser findet. Jetzt warte doch mal auf uns. Warum ist das scheiße? Wir stehen noch bei The True. Forgot, 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 forgot. Ah, was... Oh, was... Hallo. Hallo. Jetzt? Jetzt... Jetzt... Jetzt können wir. Check, check, check. Check, check, check... Check, 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 check... Check it out. Check, check, check... Check, check... the check spells are all around. hat sich erst gewechselt dynamit quest fortschritt erobere die vorrede der waffenkammer von ford icon 1 von 1 abgeschlossen warum steht das überhaupt dabei eins von eins vielleicht auch noch ein zweites geben ja vielleicht ja das sind dann 200 prozent stufe 44 hast du heimlich gespielt natürlich ich habe noch ein viertelbalg stärker sein als ich diesen paul dem zeit ist ganz allein stopp ist sie mir ein gucke mal da auf der süre beiden freud nachbarn und sie zu verstehen alte andere in halle höchst dann krieg ich mit aufs neue uhr zieh doch weg komm doch her ey hier geht's neu kannst du neu stecken erst muss ich Ossi wäre und dann muss ich Schweizer wäre du Arsch Schweizer? ja das wissen wir noch nicht so genau ah ja das muss man mal gucken du wirst schon dass ich meine krankmeldung gebrauche um deine Gefahr ja jetzt kriegst du nimmer jetzt hast du ja im internet erwähnt oh da ist ein buch der explosion und ich glaube das braucht man warte mal ich klicke das A und lauf alleine hin so deine Malt folgt mir folgt mir ich drück nichts mehr das geht wirklich? ja du klickst das item an und der läuft von allein ah ok das ist der reguläre weg das buch braucht man wahrscheinlich um später den weg freizusprengen wo nix versperrt ist sondern einfach nur ein ding für spreng den boden hier auf ok ich will das nicht ich muss da einmal gegen schlagen und dann das ist kacke aber der ist voll überpowered ey wenn ich mir das jetzt mal so ok warum hängt bei mir das hängt hängt? bei mir hängen die Gegner hier läuft und man haut auf die Gegner und die hängen dann so rum das wird vermutlich am internet hängen guckt deine Frau ohne Netflix oder so? ne die guckt auf dem Handy wie sie aus das ist mein skill ja aber das hänge skill das könnte es gut sein dass dann das spiel hängt kann man das lese das buch? ach gut schon wieder alles voll ey einfach vor Seiten hier hallo 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 ach penis 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 was shame ich penis echt wir laufen alle in N Raum bleiben dort stehe der Raven King dreht sich um rennt fort und schreit wo seid ihr? ich hab doch gesagt das ach so weil es hängt oh pass mal auf der frisst der frisst das Goblin King oh schlechtes CGI wir werden es töten das ist der Rock Mad Max Dui Road Infosman HAH HAH der Rock ist kooking HOMO HOMO wie er gestorben ist hat er HOMO gesagt HOMO HOMO FÜSEN FÜSEN ist es von was ihr weggeschmissen habt äh 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 warum geht es nicht lang hier geht es glaube ich wieder hoch aber wir müssen erstmal da hinten noch das aufdecken hallo hallo stecken wir hier noch den dungeon auf oder rennen wir ja nene wir decken auf aber ich guck gerade in die rüstung die ich kriegt habe ja ich wollte auch noch kürzer in wenn da ich habe noch nicht gelevelt aber ihr könnt ruhig gucken und ich level dann halt später sind alle so böse sind alle so böse da war gerade ein geistergeräusch im hintergrund das hat sich angehört wie eine rakete ich hab mal einen besseren ring gefunden oh lightning damage und neuen helm das ist ja immer mega geil aus naja das bringt es nicht viel also wenn ich bei Renten bin und die den Skill von dir hat damals 14.500 Haller Maul du darfst nicht mehr mit mir und mit mir loslaufen Prozent dann gehe ich wieder hoch ach ist das tapisch das müssen wir später machen mit dem Zeug ich habe ein haufe Zeug durch ja dann gehen wir in die erste Stadt da können wir es auch zerlegen dann das was man brauchen zerlegen ich habe jetzt so lecken wir mal auf da geht es raus guck mal ja aber wir wollten ja dann schon aufdecken Prozent Paul Wart ja 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 maa Maia Maia Blutschlapper Maia Fetty Maia hey ich mach doch das unseren Namen da bist Maia so die fette Alte ja 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 ok ich hab nicht gesagt dass du ich hab nicht gesagt was sagst du fett bist so was sagt man nicht auch wenn es so ist genau ja fette Sau haha oh ja dann mach weiter ja hm eigenes Stück ach komm schon ich will doch nur leben 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 naja das war's mein Label äh wie ist was allah dann geh mal oben raus ich kann Schnaufe rückhellen noch öff mir fehlt nicht mehr viel für ein Label das nervt mich ich will der allerbeste sein können wir dann noch kurz draußen ein bisschen Gebiet clear bis ich mein Label hab dass ich noch labeln kann das wär schön ja 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 NARP äh NARP NARP ahja alles ok oh mein Spiel hängt es schlägt schlägt es schlägt es schlägt ich glaube ich hole mir kurz was zu trinken ok gleich wieder da schenke ich mir aber noch oh mein Spiel hängt nein das ist bei mir gehts auch nicht weiter ich hör euch sogar am Kühlschrank das ist geil haha hast du Funk Headset oder was? haio nice wie lange hält sowas? äh das hat voll die lange Batterie also da kann man schon so seine 8 Stunden zocken was? Lost Connection? ja ah ok ja mein Spiel hat sich komplett verabjoyed ah dann geht das nicht nur mir so ah ah grimmdorn hess kräscht oh ich versuch grad wieder weiter zu kommen äh kräscht äh hess das dann kräschtdorn oder? kräscht hessdarmie kräschtdorn 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 ooo kräschtdorn hab ich gearbeitet ich mach die Lobby gleich wieder auf näh kräschtdorn Bindung abgibt kann man also wieder rein wie schnell bin ich noch drin uuuh ich bin der aller Fettigste sein und schon wieder gecrashed oh no hast du heute einen neuen grafik treiber drauf gehauen gestern gemacht geste start multi x 64 version hier habe ich nicht gestartet dort oder dort weiß gar nicht was ist ein eigentlichen krim dornes endlevel multiplayer horsten start da kann ich meine laugen umstellen ich krieg 2500 fps im ladebildschirm wir haben hier eure hohe das ist wieder gecrasht sprache noch mal umgestellt statt menü ja das willst du mir nicht machen die europäische kürzelt auch in der höhe das war gerade so schön so ich bin wieder im hauptmenü lass mich gerade mal kurz ich mache ich mache gerade mal mit meinem mit meiner testfigur wo level 3 ist das spiel okay das funktioniert so spiel beenden ja play krim don wir haben schon eine 20 stunde gespielt ist jetzt an anscheinend ja alter wo sich denn das gut ist meine stunden habe ich ins team ah ja okay habe gedacht irgendwann spiel ich glaube ich stelle mir das spiel nur auf englisch vielleicht liegt es dort drauf äh optionen also ich habe es mir jetzt in deutsch gestellt ich habe es auch auf deutsch ja mir ist mir doch egal und letztes mal ist es auch in englisch abgekackt bei mir ne oh 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 suche nach upnp geräten ich habe aus versehen netzwerk geklickt nein abbrechen brechen brechen so fettifurz äh multiplayer horsten annehmen start ja ich bin drin das hat mal gehört server wird kontaktiert noch was wenn ihr drin seid gäbe ich die quest auf die hauptquist da konnte keine verbindung zum server hergestellt werden was er kann es sei dass die grim dawn server gerade probleme hin und deswegen das spiel ja meins stürzt jetzt auch gerade ab stürzt wieder ab das sind 100 pro die server down oder so ein scheiß ne zurück zum spiel jetzt ist da bis altes drin ja ich komme jetzt gerade auch also nicht wundern ist drin noch nicht ganz aber jetzt kann ich auch die quest abgeben ja so und jetzt kann ich auch leveln habe ich die gekriegt müsstest du gekriegt haben erobere die vorräte in der waffenkammer von fort icon zurück bring die vorräte entweder zur schwarzen legion oder nach homestead kann dienen wo kann ich nie abgeben hast du die grad abgegeben ja hier bei dem aber beim waffenmeister e trick red mal mit dem danke ok soll ich schon mal dann draußen noch den klotz da springen ja und dann gehen wir aber ins ding nur ins 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 wir wollten gerade ausgehen also in hey wollte meine kraft gegenstand ich weiß ja der erste stadt er kann man besser basteln aber wir machen noch das ding kaputt ich will das ding nur kaputt kommt mal runter und du mal runter wenn du schon drunter junge jetzt komm mal runter hier neid ich lohnt wieder herr kussen ich bin nicht aggressiv der herr kussen die wandelnde hornbrille wo sind stefen hier ach das gehört warte mal ich mach hier ein paar talen ich mach hier noch ein paar leute kaputt und jetzt kommen wir ey da lebt ja nicht und ein paar talen der will das grossig so und du gleich rechts der typ da kannst du demontagen machen wie gleich rechts wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr ach da und alles was du nicht gebrauchen kannst haue ich hier in die demontage weil geld habe ich zum abwinkeln das kostet aber ein dynamit gell oh mir doch egal scheiße ich hab nur noch drei also dabei das wusste ich jetzt nicht naja schmeiß mal was rein bumm und es macht bumm giftiger gallenstein saureschaden säureschaden so also ich kann dynamit mehr aber das müssten die doch neu gemacht haben das kenne ich gar nicht das wird neu sein hat jemand bösartiger kieferknochen das ist ein teilkomponent warten sie ich muss gucken in meine truhe oh ich habe mit dem neuen level habe ich einen neuen sack gekriegt rechts noch neuer sack ja vier säcke habe ich jetzt alter und zwei eier ja ich habe bösartiger kieferknochen so warte mal wie sieht das scheißding aus bösartige kieferknochen oh cool ich habe einen ich stehe da vorne da in der mitt kann ich dich a klicken zum handel oder muss ich das ne muss ich rausschmeißen was das sind zwei stück so oh dank dank den ich müsste einer übrig bleiben dann kannst du mir grad wieder gewinnen hat jemand oleronsketten das ist ja mal übel gut das ding also ja ich gönns ich gönns euch weil ich mache eh mehr wie oleronsketten ja oleronsketten moment kann man sich das nicht irgendwie noch buchstabe sortieren oder so ein scheiß ich habe so viel zeug also ich habe keinen ja ich habe zwei oleronsketten aber ich glaube die hebe ich mir tatsächlich auf ich habe zaubergewebtes gar ich kann ich kann dir noch ein scab achte jemand zaubergewebtes gar ne zauberzeug brauche ich wo bist du boah hat noch einer ein büßmiels fesseln das möge ich wie sieht das aus äh keine ahnung das kann ich dir nicht beschreiben ne ein rot graues ding rot grau ne ich habe teufels berührte munition das brauche ich das habe ich auf meiner waffe das ist nicht schlecht ich habe es rausgeschmissen kannst du es auch so paul schmeißt wir die öleronsketten raus äh ich bin dabei so die cat danke und äh äh wo sind da der raven king da hu danke so raven ging das für dich komm mal her wenn du davon noch eins hast sechs prozent auf alle schaden ne ich habe schon er nimmt es nicht auf halt du hast bei mir schon aufgenommen äh macht jemand kälte schaden ne oder ich habe ich habe aber ein poststrahl wenn das braucht ja das habe ich ach das hat deswegen habe ich ja eben gefragt i give you a good choice price the price is scheiß price is nice ach ich brauchte echt Zeit das immer mit mir alles so durchzugucken ach mann so was macht denn schade aus amulett was macht denn deine waffe für einen schaden steffen ähm 45 bis 257 physischer schaden ok dann habe ich nichts besser hier gibt es einfach nix 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 warte bei mir hängt es aber gerade auch ein bisschen ich komme nicht über 3000 schaden schaden das ist schade das ist ja schade das ist schade also wenn es dich beruhigt ich habe 3492 waffen schaden hat du hast geschaut du hast schaden in mir du hast geschäden in mir geduldet geduldet die die du 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 Wenn du mal wieder blöde bist. Ach so. Verzauberte Zweihandpistole. Ach. Ach. nicht nur auf es oder uns ketten da ist sogar was grünes besser als was blaues bursch hast du oder uns ketten du mir das nicht grad geben ich habe jemanden oder uns ketten gegeben da fehlt mir noch eins das wollte ich anwenden eins fehlt noch glaubt euch drum 8 das war viel besser mhm boah das sch*** das brachst du was ist los? ach das brachst du ist doch kass was ist das? 2 3 4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 4 5 3 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 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 6 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 4 10 12 4 4 anni 11 10 1 12 13 14 Äh, auch nicht. Das kann ich nicht. Muss ich als Schütze? Muss ich auf Raffinesse oder auf Konstitution gehen? Raffinesse, ne? Ja. Ja, Raffinesse. Raffinesse macht eigentlich nur den Schaden, Konstitution ist ja eigentlich nur für Gesundheit. So, habe ich irgendwie Pistolen verkauft? Ha, nicht hier. Ah, doch einer. Die hole ich mal zurück. Ich will mal gucken, wenn ich... Ach, gibt's hier... Scalen die Waffen mit hier? Ne, ne? Äh, ich glaube ich nicht. Okay, dann müsste man noch mal ins andere Kaffee, ich will mal gucken, wenn ich zwei... Ähm... Noch mal so als kleine Info, man kann sich auch... äh... 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 Komponenten herstellen, bei dem Schmied, ne? Wo, wie, was? Welcher Schmied? Hier, wo ich stehe? Äh... Ganz rechts... Was ist das mit dem? Ja, das nicht. Also, da kann man sich ganz viel herstellen. Wo sind da die Komponenten? Ganz rechts, das Ding. Du machst Feuerschaden, gell? Ne, nicht wirklich. Ach so. Ich hab mich auf nichts spezialisiert, also... Eigentlich sollte ich Feuerschaden machen, denke ich. Da kann ich dir da was machen. Ich guck grad noch was... Warte, ich hab dir was Gutes gemacht. Ey, ich will... Ich will... Ich will mal gucken, hat... Hat noch jemand von euch Pistolen einstecken? Ah, guck mal das. Guck mal das. Höh! Höh! Ich hab was, was... Was, äh... Amulette... Verbesserst. Und ich hab Amulett, aber es geht mir drauf. Ist schon was drauf? Oder es ist ein Gegenstand, wo du nichts drauf hauen kannst, ne? Da war vorher was drauf. Ich find das Item jetzt nicht mehr, was du mir grad geräuscht. Das ist so ne kleine Schacht ist. Das müsste so ne Komponente sein. Ja, ich weiß nicht, wo es ist. Ich find's nicht, ich Idiot. Wo gibt's da Komponente? Wenn du hier zum Schmied gehst, dann ganz rechts. Da kannst du Komponenten machen. Ich geh mal ganz kurz nochmal in die letzte Stadt. Ja. Ich will mal anstatt ein Gewehr... ...zwei Pistole ausrüsten und gucke wie das ist. Und entweder kaufe ich mir da jetzt eine. Wie viel Schaden machen die? Das musst du mir ja vorher mal sagen. Die machen, glaub ich, tausend weniger, wie das, was ich grad hab. Aber wenn du bald händisch alle bist. Ja, aber eben, wenn ich zwei Stück hab. Ah, warte mal. Bevor ich da jetzt überhaupt anfange. War das nicht ein Skill, mit zwei Pistolen zu schießen? Weiß ich nicht. Ich denk's nicht. Musstest du was skillen für zwei Schwerter? Jan? Hm? Mhm. Siehste? Dann müsstest du eigentlich auch nix skillen. Ich guck mal. Kauf dir doch was. Geld ist vergänglich. Oh, das hat doch auch nix. Ah, war das fachmisch? Hm 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 pra 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 pra. Ist ja irgendwas was schwul verbessert. Sprechen Verkürzt abgeschlossen da konnte ich eine annehmen neue Quest und da hat er einen dann quasi abgeschlossen also wir haben neue Quest im Schwerbs zacktisch doch mal fucking Händler hat mich nicht schocken fast die Stich die Stich die Stich Schilder, Zornstein, wieder Polzene. Ich hatte doch was. Lebenskraftschaden. Wie viel Schaden machen die Waffen? 75. 77. Dann kann ich nur scheiß Pistolen herstellen. So. Naja. Gut. Nein, ich kann nur eine Pistole nehmen. Das ist ja schwul. Aber ich vermute stark. Dass das ein Skill ist. Lass mich mal schauen. Okay. Okay. nicht so auf ich glaube man kann es nicht besser machen also ich meine du kannst es glaube ich lernen dass du zwei pistolen haben kannst aber ich finde es gerade mit oder ich stelle mich gerade nur blöd an kann man irgendwie sein aussehen von irgendwas ändern also kann man hätte ich noch keinen npc gefunden der das macht ok gut weiß ich aber jetzt weniger gedacht sprengmeister sprengmeister grenade nicht irgendwo so ein trans modifizierer fuzzi vielleicht weiß es nicht in der nächsten stadt ist das tor unten übrigens auf jetzt mittlerweile ja aber da irgend so eine quest annehmen konnte da können wir als nächstes eigentlich schreien vielleicht die das heißt hier die ätherische hexe ist wahrscheinlich der nächste minibus dann können wir noch machen 10 vor 10 cvc laden mit natürlich gut aussehen heißt in der letzten stadt der letzten stadt also auf der mauer hat er ach ja gewinnig gut aussehen es sieht gut aus aber die werde sind scheiße deswegen habe ich gefragt ob man irgendwo so ein trans ich weiß was du meinst geht vielleicht dass man immer so kacke aussieht ja dass du halt was dass du was auf deine rüstung legt so klammer zeug getötet ist jones kacke oder sowas wie man das auch nennen soll kann ich mir aber vorstellen dass das geht eigentlich das weg gibt es das vielleicht weil das zeug ist halt ganz okay ich guck gerade mal was es gibt ich habe zu Hause gibt es irgendwas wo man das kaufen könnte musst du wissen irgendwelche fläscher soll aber in diablo gab es da auch so eine händlerin wo das angeboten hat legions schmied schmied macht schmied macht schmied macht schmied macht schmied ist auch wirst wir können es doch noch lesen das ist richtig beim nächsten mördern so soll man schmied 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 habe angst das schneid sogar hier drin und skelett verkaufen aber bringt nichts hat magi zeug ja nichts was benutze kann ne so weiter von anastasia verschlossen daher der wir müssen erst dem seine quest machen ja welche ist das am kopfgeld kopfgeld ach kommen wir gehen einfach weiter das machen wir nach und nach fertig wir haben doch da hinten was weg sprengt ja genau gehen wir dann noch mal weiter und ich glaube dann müssen wir das von der ex finne und dann lässt sie uns dahin dann geht es weiter habt ihr letzt wieder eine runde kann das war ich gespielt mit einem kumpel wir müssten vor allem aber wieder spielen angst kommen es ist jetzt los stand ach ich bin tot ich bin gerade komplett verreckt ja ich glaube da stand ich drin ich habe nicht aufgepasst wartet mal wartet mal dann seid ihr wieder ein halbes level vor mir ich bin zurückgerannt wir können aber auch ausmachen dann lass mich aber noch mal ein mein grab einsammeln wenn man da noch ein kleines wünschen wollen wir spielen oder bis 8 m können wir machen so gehen wir zum kopf zurück zurück kurz vor neig starrieren ja kein problem dann danke an alle die zugeschaut haben ich mache hier aus und tschüss und gute nacht tschüss tschüss Vielen Dank.